Tom muss die Tür nur berühren und wird komplett nass. Das freut mich. Er stolpert wieder gegen, es geht hier um den Tisch rum und genau auf den Abzug. Und wenn er hier steht und hier drüber stolpert, kriegt er den Rücken an die Seite. Es wird ihm überall jucken. Dann legen wir noch das Putzkissen hin. Auf den Handschuh platzieren wir jetzt. Mit Keilsender, ihr seht. Er sitzt da drüben auf dem Stuhl, zieht den Handschuh, holt ihn sich und dann schlagen wir zu. Flexi, jetzt müssen wir nur noch die GoPros aufbauen. Stimmt, die wollen ja alles sehen, was mit Phantom passiert, oder? Let's go. Hey, Carmen, warte mal. Was ist? Ich hab noch eine Idee. Was? Wer sagt sich denn, dass Phantom sich wirklich hinsetzt? Du schreibst jetzt da drauf, bitte nicht setzen. Weil ihr kennt Phantom, wenn da steht, bitte nicht setzen, macht er es offensichtlich mit Absicht. Will er sich setzen? Das wär's Hoffmann. Es kann sein, er setzt sich nicht, zieht seine Handschuhe und geht einfach weiter. Dann ist der Gag leider verloren. Ja, bitte nicht setzen. Meinst du so? Ja, das ist gut. Der läuft hier, bitte nicht, und er setzt sich mit Absicht hin. Da krieg ich halt keine 10.000 Euro. Aber mein Handschuh, aber mein Handschuh, das lass ich mir nicht nehmen. Ja. Warum ist der denn hier auf so einem Protest? Hä? Hä? Ha, Phantom! Ha, hast du deinen Handschuh? Beide sogar. Komm, dann geh weiter! Ah! 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 Ich hab' meinen Handschuh gelassen! Oder was? Ach! Wie? Ja, ich hab' meinen Handschuh zu euch! Ah, und ihr schickt eure Platten über uns wieder! Ah! Ah, bin ich! Hab' dir auch gelassen! Oh Gott! Bist du in die Falle getappt? Ha, ha! Hau' auf, Phantom! Von dem Falle! Ich hab' meinen Handschuh gelassen! Auf Wiedersehen! Tschüss! Ich hab' meinen Handschuh gelassen! Ich hab' meinen Handschuh gelassen! Nächste Mann! Es hat geklappt! Freude, es hat geklappt! Das kann die Einflächen gelassen! Untertitelung des ZDF, 2020